Ich heiße Christina Leidold und ich bin Augenfachärztin. Ich habe meine chirurgische Ausbildung an der Universitätsaugenklinik der Medizinischen Universität erhalten, wo ich schon seit über zehn Jahren als Augenchirurgin tätig bin. Ich habe mich sehr schnell auf das Fach Linsenkirurgie spezialisiert, weil ich es unheimlich faszinierend finde, wie viel man an Lebensqualität den Patienten mit diesem Eingriff zurückgeben kann. Ich bin nicht nur Ärztin, sondern auch Wissenschaftlerin und leite eine Forschungsgruppe auch mit dem Schwerpunkt Lindenchirurgie. Mein Ziel ist es, mit meiner Forschungsarbeit Geräte, Operationsmethoden und Kunstlinsenimplantate laufend zu analysieren, evaluieren, laufend weiterzuentwickeln und für die Patienten zu verbessern. Mit meiner Erfahrung kann ich den Patienten eine optimale Behandlung auf dem neuesten Stand der Wissenschaft anbieten. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei eileser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.